Bei Königshäusern denken wir an prunkvolle Schlösser, pompöse Hochzeiten und reichlich Skandale. Doch wusstet ihr, dass einige europäische Royals sogar eine Krankheit teilten? Früher galt es als besonders wichtig, die Blutlinien europäischer Königshäuser reinzuhalten. Das bedeutete vor allem eins, fleißig untereinander heiraten. Leider führten diese familiären Bindungen zu einer unschönen Gemeinsamkeit. Eine seltene, meisterbliche Blutgerinnungsstörung, die damals auch als königliche Krankheit bezeichnet wurde. Heute ist sie als Bluterkrankheit oder Hämophilie bekannt und kann auch ganz ohne innerfamiliäre Hochzeiten vererbt werden. Insbesondere die britische Königin Victoria war für eine weite Verbreitung verantwortlich. Drei ihrer neun Kinder erbten das königliche Schicksal. Und als diese in andere Königshäuser einheirateten, kam es, wie es kommen musste. Total Annihilation. Naja, nicht ganz. Aber die Folgen waren weitreichend. Das Drama spitzte sich zu, als Victorias Enkelin Alexandra sich mit dem ältesten Adelsgeschlecht Russlands verbannt, der Zarenfamilie Romanov. Ihr Sohn, Thronfolger Alexei, erbte die Hämophilie seiner Urgroßmutter und verbrachte sein Leben in Watte verpackt. Kein Wunder, jegliche Verletzung konnte damals sein Ende bedeuten. Inzwischen machte sich ein Geistheiler in St. Petersburg einen Namen. Rasputin erlangte schnell die Aufmerksamkeit von Alexandra und damit direkten Zugang zu den Romanovs. Als Alexei sich eines Tages verletzte, betete Rasputin statt zu behandeln. Und siehe da, Alexeis Wunde hörte bald auf zu bluten. Die schnellere Wundheilung verdankte der Thronfolger allerdings dem Weglassen seines üblichen blutverdünnenden Medikamentes. Rasputins Scharlatanerie nahm erst mit seiner Ermordung 1916 ein Ende. Der letzte Zar und seine Familie lebten nur zwei Jahre länger. Sie wurden im Zuge der russischen Revolution hingerichtet. Die Krankheit der Könige erfasste nicht nur englische und russische Royals. Auch die Häuser Spaniens, Preußens und der Niederlande hielt sie lange Zeit in Atem. Heute lässt sich Hämophilie sehr viel besser und ganz ohne listige Wunderheiler behandeln. Wenn es euch nach noch mehr blutigen Geschichtsstunden dürstet, dann vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!